Time moves slow The lighthouse waits for ships that never roam I'll face my feet towards the black sea and I'll find Home, home is hard to find So, bei uns sind jetzt 90 Grad drin. Wenn ihr am Samstag, den 13.12. in die alte Färberei kommt, wird es mindestens Ultra 100 Grad auf der Bühne werden. Wir schwitzen uns jetzt noch ein bisschen aus und freuen uns auf Samstag. Bis dann, Tschökes!